Die DHV News vom 23. August 2024. 3,5 Nanogramm THC, Führerschein-Grenzwert gilt jetzt. Erste Genehmigung für Anbauvereine in Mecklenburg-Vorpommern. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Arwein Medical und Dirk Stroh Shop. Herzlich Willkommen bei den DHV News. Heute habe ich nur gute Nachrichten für euch, unglaublich. Und ein paar Vorbemerkungen, wie üblich. Zwei Hinweise auf neue Videos von der Cannabis-Normal-Konferenz, wie schon traditionell hier fast in den letzten Wochen. Immer zwei neue Videos pro Woche, bald sind wir durch mit der ganzen Konferenz. Diesmal haben wir online gestellt, rechtliche Rahmenbedingungen für Eigenanbau und Konsum. Mit Rechtsanwalt Eisenmann. Und die zweite Session ist nochmal rund um Cannabis-Social- oder Cannabis-Anbau-Vereine. Ja, also in dem Fall besonders nicht Social Club sozusagen, weil wir da einen renommierten Anwalt dabei haben, der referiert über Planung und Gründung eines Anbauvereins. Dem auch sagt, ja, da steht, vergesst jetzt mit dem Social, ja, ihr seid eine reine Anbauvereinigung und habt den Job jetzt da anzubauen und Gras zu verteilen und nichts anderes und fertig. Und so und so könnt ihr das organisieren und kriegt eine Genehmigung und könnt ihr das machen. Naja, auf jeden Fall sicherlich für CSC-Leute eine spannende Sache. Und für alle anderen sowieso auch die andere Session. Rund um Eigenanbau und Konsum. Dann noch ein kleiner Hinweis über DHV-Handverband-Fake-Accounts auf allen möglichen Plattformen, wo irgendwelche Scherzkekse mit unserem guten Namen spielen sozusagen oder den ausnutzen, missbrauchen, um irgendwelche komischen Geschäfte zu machen meistens, ja, irgendwelche illegalen Sachen zu verticken, ja, oder sich sonst irgendwie in den Vordergrund zu spielen, wie auch immer. Aber auf jeden Fall wollten wir euch nochmal aufrufen, die zu melden, wenn ihr solche Accounts seht, wo ihr offensichtlich ja nicht Handverband, ihr wisst ja, wie wir auftreten, was wir machen und dass wir jetzt nicht irgendwie Gras verticken oder irgendwelche anderen Drogen oder Waffen, was weiß ich ja, dass ihr die dann meldet, diese Accounts. Weil wenn nur wir das machen, meistens reicht das erstmal nicht, je nach Plattform auch unterschiedlich. Meldet uns die trotzdem gerne, ja, kontakt.handverband.de per E-Mail, eben Hinweis, guck mal, hier ist wieder so eine DHV-Gruppe aufgetaucht oder ein Account. Aber es hilft vor allen Dingen auch, wenn ihr selber jeder mal eben meldet. Meistens kann man dann aussuchen. Ich habe das heute bei Twitter selber nochmal gemacht, wo man dann Gründe für die Meldung raussuchen kann. In dem Fall, ja, falsche Identität, Identitätsklau, wo man dann nochmal kurz irgendwie den Accountnamen vom richtigen Account, der da geschädigt ist sozusagen, eingeben kann. Nämlich unseren dann in dem Fall, dieser Nickname sozusagen für die Plattform, da nochmal reingeben, von wegen, das ist der echte und das andere ist fake, was man da ja auch leicht an den Follower-Zahlen erkennen kann. Hilft uns da gerne ein bisschen mit, ja, diesen Missbrauch unseres guten Namens zu vermeiden. Beispiele dazu von TikTok und Telegram habe ich euch mal in die Videobeschreibung gepackt. Hoffentlich sind die dann schon weg, wenn ihr da ankommt sozusagen und die melden wollt, dass sie schon weggemeldet sind. Naja, aber vielleicht auch nicht. Also guckt nochmal. Jetzt ähnlich, ja, Heureka, erste gute Nachricht. Wir haben es geschafft, oder Sie haben es geschafft, besser gesagt. Der Führerscheingrenzwert gilt jetzt. Anfang der Woche hat Steinmeier unterschrieben. Am Montag, glaube ich, Mittwoch ist es dann im Bundesgesetzblatt aufgetaucht. Die Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und weiterer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften im Bundesgesetzblatt, wo eben unter anderem drinsteht, neuer Grenzwert ist jetzt 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Also auch da an der Stelle mal an alle, die jetzt in letzter Zeit gesagt haben, wir müssen jetzt unbedingt einen Riesenkrawall machen und 10 Millionen E-Mails mitten in einen leeren Bundestag reinfeuern, in der Sommerpause, wo egal, keiner da ist, aber dann das Bundespräsidialamt, das war nicht nötig. Ja, das war ärgerlich mit der Verzögerung. Ja, finden wir auch ätzend. Das hat sicherlich Führerscheine gekostet und alles. Auch wäre nicht sinnvoll gewesen, da jetzt irgendwie ein Riesentheater zu veranstalten und keiner kriegt das mit und das kommt sowieso, wenn das kommt. Jetzt haben sie es jedenfalls geschafft und zumindest nach vornem Blick hin, ja, ab sofort gilten 3,5 Nanogramm. Es gibt viele Fragen dazu und viele Einschränkungen, von denen ich nur eine konkret nennen will, nämlich für Anfänger und Leute in der Probezeit. Für die gilt das nicht, für die gilt weiterhin ein Nanogramm. Und das ist schade, weil es eben nicht nur null Toleranz für THC im Straßenverkehr bedeutet und irgendwelche Berauschungen, sondern eben auch für Cannabiskonsumenten an sich, ja, Cannabiskonsument zu sein. Weil ein Nanogramm haben wir doch sehr schnell überschritten, auch, wenn man halt langen Abstand hält zwischen Konsum und Straßenverkehr. Aber, naja, jedenfalls, und wenn man einigermaßen regelmäßig konsumiert, was ja bei Alkohol kein Problem ist, ja, da wird man zwar auch irgendwann, wenn man jeden Abend ein Bier trinkt, wird vielleicht auch die Führerscheinstelle schon sagen, wenn sie es wüsste, ja, oh, das könnte aber ein Missbrauch sein oder so. Aber das merkt ja keiner. In der Verkehrskontrolle ist man halt bei null Promille und da fahren auch als Fahranfänger und ist gar kein Problem. Aber ein Nanogramm THC, ne, ist halt schon so eine Sache. Da hätten wir uns gerne gewünscht, dass eben auch für die, der 3,5 Nanogramm die ganze Zeit gilt, weil auch der eigentlich null Toleranz ist für irgendwelche Berauschungen im Straßenverkehr. Anders als bei Alkohol ist es ja so, wo man 0,4 Promille ein bisschen Brausch auch durchaus akzeptiert. Bei 3,5 Nanogramm sind die Leute alle knüppelnüchtern. Und das ist eben nicht die gleiche Behandlung mit Alkohol, die wir uns wünschen würden. Zumal der Einfluss auf die Unfallwahrscheinlichkeit durch Cannabis wesentlich kleiner ist als der durch Alkohol. Wenn, dann müsste es eigentlich umgekehrt sein mit der Diskriminierung. Aber nicht so, dass Cannabiskonsumenten nach wie vor irgendwie härter behandelt werden. Davon mal abgesehen, aber ist das natürlich ein Riesenschritt nach vorne. Das ist eine 4,5 Fachpunkte des Grenzwerts. Und die meisten Leute, die über ein Nanogramm noch waren, jedenfalls die, die nicht sofort irgendwie vor der Fahrt konsumiert haben, sondern am Tag vorher, die meisten von denen werden damit fein raus sein. Vielleicht 70, 80, bisschen mehr Prozent, vielleicht sogar noch. Schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob wir da jemals echte Statistiken für sehen werden. Aber grob geschätzt, anhand diverser Hinweise und Informationen, die wir haben, kann man wohl sagen, die meisten sind ja auch Gelegenheitskonsumenten und rauchen nicht jeden Tag. Und von morgens bis abends, die sind mit den 3,5 Nanogramm auf jeden Fall gut bedient. Und viele, die mehr konsumieren als das, auch die, die jeden Tag konsumieren, aber eben nicht von morgens bis abends, werden sich wundern. Die denken, ich bin ja immer noch, immer über 3,5, genauso wie ich immer über 1 bin. Für viele wird es eine Überraschung sein, zu sehen, dass es gar nicht so ist. Dass es trotzdem deutlich weniger ist, als sie denken, auch wenn sie einigermaßen regelmäßig konsumieren. Wie fühle ich das jetzt raus? Noch gar nicht. Noch kann ich das nicht wissen. Jedenfalls nicht von alleine. Ich muss was dafür tun. Es gibt Möglichkeiten auch schon jetzt, die ziemlich kompliziert sind. Wir haben immer wieder Berichte gehabt in letzter Zeit von Leuten, die einfach mal beim Arzt waren, zu der Zeit, wo sie sonst morgens ins Auto steigen mit normalem Konsum am Abend vorher und da bei der Blutprobe mal geguckt haben, wo stehe ich denn da? Na, was habe ich da für Werte? Und da kommen auch ganz unterschiedliche Sachen bei raus. Viele eben, die überrascht waren und gesagt haben, ey, also ich war bei, was weiß ich, 1,9 oder so. Ja, hätte ich gar nicht gedacht. Und andere, die gesagt haben, ich war da immer noch drüber, obwohl ich zwei Tage gewartet habe oder so. Ja, gibt Ausschläge in beide Richtungen. Deswegen eben nach wie vor auch eine gewisse Verunsicherung da für alle Konsumenten. Und hoffentlich kommen bald Speicheltests. Ja, das wird auf jeden Fall der nächste Schritt dann sein, an dem Punkt, dass möglichst bundesweit alle Polizeien den gleichen Speicheltest benutzen, alle den gleichen Cut-Aufwert benutzen, also die gleiche Kalibrierung sozusagen dieser Dinger und die dann auch möglichst genau so für Privatleute erhältlich sein werden. Also das wird wohl der Fall sein. Ja, ich wüsste nicht, wie man das überhaupt verhindern sollte. Ja, der Markt ist ja durchaus da. Und da wird auch Anbieter geben. Und dann hat man eben die Möglichkeit, direkt vor Fahrtantritt nochmal zu testen und zu gucken, ja, werde ich da jetzt irgendwie positiv oder negativ sein beim Schnelltest. Und das natürlich dann, dann ist man natürlich sicher und kann sich eben auch reinfuchsen, ja, wann man da, wie lange man da warten muss beim individuellen Konsummuster, um dann sicher zu sein. Bis dahin leider noch, immer noch eine gewisse Verunsicherung und trotzdem großer Fortschritt beim Thema THC-Grenzwert. Wir haben aber auch schon wieder Gemecker, ja, wie üblich irgendwie, wie die ganze Zeit auch bei dem Thema. Jetzt zum Beispiel von der GdP wieder, die auch wieder sagen, ja, das ist jetzt viel mehr Kontrollaufwand und jetzt, wir haben gar keine flächendeckenden Testmöglichkeiten, ja, und dann haben wir mehr Arbeit durch die Leute, wenn wir die zur Blutprobe schleppen müssen. Wir haben Ärger mit den Leuten, die beschweren sich dann und so, ist alles ganz folgbar. Und deswegen ist das Gesetz Mist. Ja, deswegen muss das alles zurückgedreht werden und so. Also ist die GdP ganz komisch unterwegs wieder. Die haben sich vorher nicht darüber erschwert, über die alte Regelung, die ja genau die gleiche war. Da gab es auch keine flächendeckenden Schnelltests, die irgendwie belastbar waren. Die Urintests haben noch viel mehr Leute rausgefischt mit positiven Tests, die angeblich bekifft waren und dann reihenweise bei den Blutproben komplett nüchtern waren. Und da hat sich die GdP Niederuhr beschwert. Ja, die machen nur jetzt irgendwie blöd Stunk gegen das Gesetz. Warum auch immer. Obwohl die eigentlich einen Beschluss haben in der Mitgliederversammlung, dass sie das jetzt einfach nur praktisch begleiten wollen und nicht mehr irgendwie ideologisch dagegen rumstänkern wollen. Aber genau das machen sie nach wie vor. Oder Berliner Kurier. Auch unglaublich. Ab heute kann man bekifft Auto fahren bis zu dieser Grenze. Also da ist ja wirklich übelster Populismus. Das stimmt halt sowas von überhaupt gar nicht. Oder ich habe auch schon Polizeileute gehört, die gesagt haben, jetzt werden die Leute versuchen, sich an den Grenzwert ranzukiffen. Ja, totaler Quatsch. Wenn ich einmal an der Tüte ziehe oder einmal an der Pfeife ziehe, ziehe ich mich sofort über den Grenzwert. Ich kann mich da gar nicht rankiffen. Ja, ich muss nur abwarten, bis ich wieder runter bin. Das ist ja, das ist alles. Ja, man kann sich da nicht rankiffen. Sobald man irgendwie was merkt, ist mal drüber. Das ist Quatsch. Gilt natürlich sowieso für alle. Fahrt nur, wenn ihr euch wirklich fahrtüchtig fühlt. Nicht, wenn ihr euch gekifft fühlt. Das sollte sowieso für alle gelten. Und jetzt lohnt es sich tatsächlich auch wieder anständig Abstand zu halten zwischen Konsum und Straßenverkehr und Teilnahme. Auch wenn ihr noch nicht ganz sicher seid, ob ihr durchkommt irgendwie, wenn ihr zehn Stunden abwartet zwischen abends konsumieren und morgens fahren. Ihr habt zumindest die Chance, durchzukommen. Immerhin war ja bis jetzt vielleicht dann eher nicht der Fall. Und insofern glaube ich tatsächlich auch, dass das Ganze jetzt die Verkehrssicherheit erhöht. Weil sich diese Trennung von Konsum und Fahren mehr lohnt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man da belohnt wird, eben durch einen negativen Schnelltest oder einen Bluttest unter 3,5 Nanogramm. Dadurch werden die Leute eher darauf achten, wie viel sie wann, wo, wie konsumieren. So, ja. Also Heureka, Grenzwert 3,5 Nanogramm. Haben wir geschafft. Wir werden weiterhin für einen höheren Grenzwert natürlich auch kämpfen. Der hat da auch noch dazu gesagt, ja, wir sind nicht zufrieden damit. Dann ist ein großer Schritt nach vorne. Aber er ist immer noch konservativ und immer noch diskriminierend im Vergleich zu Alkoholkonsumenten und immer noch im weltweiten Vergleich eher im unteren Bereich angesiedelt. Aber es hat sich zumindest im weltweiten Durchschnitt doch angenähert. Sagen wir mal so. Und dann wird auch diese Legislatur nicht mehr kommen. Also, dass da jetzt noch was vorwärts geht. Ja, bevor der Wahl irgendwie was schaffen, dass das jetzt erhöht wird. Das ist halt vollkommen unrealistisch. Da muss man halt auch der Realität mit dem Auge sehen, dass das ein langfristiger Kampf weiterhin sein wird, wie das bisher auch gewesen ist, da zu noch besseren Regelungen zu kommen. Aber jetzt zur nächsten Nachricht, die viel kürzer ist. Es gibt eine neue Genehmigung für einen Anbauverein. Offensichtlich. Noch nicht durch Medienberichte oder offizielle Behörden bestätigt. Aber der Sochill Green Cannabis Club Greifswald, Sochill, so wahrscheinlich Sochill heißt es nämlich mal an, hat nach eigenen Angaben eine Anbaulizenz erhalten und ist damit der erste Anbauverein in Mecklenburg-Vorpommern, der eine Betriebsgenehmigung hat und auch deutschlandweit der erste Anbauverein außerhalb Niedersachsens. Der erste Anbauverein in Nicht-Niedersachsen-Deutschland ist in Greifswald, Sochill Green Cannabis Club nach eigenen Angaben. Und naja, mittlerweile musst du auch vielleicht mal mit rechnen, ja, vielleicht gibt es schon ein, zwei andere Genehmigungen noch in anderen Bundesländern, von denen wir noch nichts wissen. Auf jeden Fall, die Bewegung hat jetzt Niedersachsen verlassen und breitet sich in ganz Deutschland aus. Jedenfalls in Meckpommern. Wahlanalysen haben wir noch zu bieten und frisch online auf unserer Seite. Nächste Woche Sonntag sind ja Wahlen in Sachsen und Thüringen Landtagswahlen. Und dazu, wie immer, haben wir eine Wahlanalyse veröffentlicht. Wobei, nicht ganz wie immer, weil sonst haben wir auch Wahlprüfsteine noch verschickt, also den Parteien Fragen geschickt zu diversen Details der Cannabispolitik. Das haben wir diesmal nicht gemacht aus irgendwelchen Sommergründen und haben uns nur die Wahlprogramme angeschaut. Trotzdem ganz interessant. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also insbesondere, wenn ihr in Sachsen und Thüringen wohnt, geht wählen. Wir haben gerade dieses Jahr vielfach bewiesen, es macht einen Unterschied zu wählen. Alle, die die letzten 20 Jahre geglaubt haben, es ist vollkommen egal, was ich wähle, passiert sowieso nichts, ändert sich eh nichts. Also gut, ist vielleicht nicht so geworden, wie wir das wollten, aber es hat sich was verändert. Und wir haben mit der Union eine Partei vor der Nase, die alles wieder zurückdrehen will, die uns wieder verfolgen will, die weiter Hunderttausende von Strafverfahren durchziehen will, wie die letzten Jahre auch. ganz wieder auf Null setzen sozusagen und in Müll werfen sozusagen, ganze Entkriminalisierung. Also geht wählen, lasst das nicht zu, dass die Typen euch wieder jetzt demnächst regieren und euch wieder unterjochen wollen, eure Rechte wieder mit Füßen treten wollen, wie auch immer. Insofern, was den Teil der Wahlanalyse angeht, habe ich jetzt wahrscheinlich keine Überraschung mehr übrig, wenn ich jetzt sage, die Union ist da jetzt nicht unbedingt wählbar. Die AfD auch nicht, die ist auch eher auf einer repressiven Seite unterwegs. Dann gibt es so ein paar Nullnummern und da fällt insbesondere das BSW auf, Bündnis Sarah Wagenknecht. Ja, Wahnsinns Umfragewerte. Wahrscheinlich werden die riesig Stimmen abräumen und die Linken irgendwie killen. Obwohl die jetzt zumindest für Cannabis-Politik total unbeschriebenes Platz sind. Ja, die haben jetzt überhaupt keine Position, da steht nichts im Wahlprogramm. Es gibt auf keiner Ebene da irgendwie eine vernünftige Aussage von denen. Das interessiert ja einfach nicht offensichtlich. Das ist kein Thema für die. Insofern ist von denen auch nicht unbedingt der Wille nach einem Zurückdrehen zu erwarten, aber das ist einfach denen wurscht. Und da ist jetzt auch nicht unbedingt was zum Wählen. Bei der SPD war das zum Teil auch so. Haben wir auch eins von den beiden Bundesländern dabei, wo einfach überhaupt gar nichts im Programm drin stand. Und auch bei der FDP. FDP in Sachsen haben wir die gar nicht mehr beguckt, weil die da unter Sonstiges irgendwo ist in der Wahlumfrage. Wir gucken uns die ganz kleinen Parteien auch nicht an. Und die FDP ist in Sachsen offensichtlich eine ganz kleine Partei. Aber in Thüringen haben wir sie dabei gehabt und sie hat aber nichts im Programm stehen gehabt. Genauso wie das BSW. Und ich glaube, bei der SPD war das auch so. In einem Bundesland, da gar nichts drin stand. Insofern ist das wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Grünen und Linken. In einem Bundesland konnten wir uns nicht entscheiden, fanden wir beide gleich irgendwie so einzuschätzen. und in einem haben eindeutig die Linken gewonnen. In einem Bundesland war es auch so, also ganz interessant, da in die Details und die Unterschiede zu gucken. Da war bei den Grünen, zwar waren die richtigen Schlussfolgerungen im Programm von wegen Cannabis muss legalisiert werden, die Leute müssen entkriminalisiert werden und so weiter. Gesundheitsschutz und mehr Drug-Checking glaube ich, war auch noch dabei und so. Aber es war nur von Abhängigen und Süchtigen die Rede. Das Wort Konsum tauchte da überhaupt nicht auf oder Konsument oder so. Während im anderen Grünen-Programm habe ich mal die Stichworte dann gesucht und durchgezählt. Da stand einmal mehr Konsum als Sucht und Abhängigkeit drin, wo sie offenbar kapiert haben, dass nicht sämtliche Konsumenten alle irgendwelche kaputt und abhängigen Leute sind, sondern eben ganz normale Menschen, die genauso wie beim Alkohol halt ab und zu mal sich was gönnen in den allermeisten Fällen. Und die würden ja auch nicht sagen, immer nur von Alkoholsüchtigen und Abhängigen zu reden, wenn es jetzt irgendwie um Alk geht. Also da scheinbar noch ein bisschen Zähne entfernt irgendwie da die Grünen. Insofern, zumindest wenn ihr da wahlberechtigt seid in Sachsen und Thüringen, guckt euch da mal an. Genau diese Unterschiede eben. Lest euch die Programme ruhig mal durch und überlegt euch dann, was ihr da machen wollt, wen ihr da wählen wollt. Das wäre auch für unsere Sache gut. So, nächstes Thema. Ganz tolle Nachricht. auch eine unglaubliche. Vielleicht kommt auch noch mal wieder, was das doch nicht stimmt. Berlin hat sich geeinigt auf eine zuständige Behörde für die Anbauvereine. Wieder mal, ja, ich glaube, wir haben die auch schon mal vorher irgendwann gepostet, hier ein bisschen voreilig, diese Nachricht. Also zum ersten Mal hieß, die hätten sich geeinigt und dann wieder aus der Verwaltung kam her, nee, aber jetzt doch nicht. das geht alles nicht und wir müssen das doch anders machen, wo die SPD-Gesundheitssenatorin mal wieder irgendwie dagegen am Schießen ist und das nicht will, machen will und irgendwie, die das ja eh schon irgendwie seit vier Monaten nicht angepackt hat und ausgesessen hat und jetzt muss, naja, ist halt was spät dran und ist aber trotzdem noch irgendwie am Hin und Her lavieren irgendwie. Ist aber jetzt dieselbe Lösung geworden wie bei der ersten Meldung, nämlich das LAGESO, Landesamt für Gesundheit und Soziales, Riesending, die sollen die Bearbeitung und Bescheidung der Anträge auf Gründung einer Anbauvereinigung übernehmen. So weit, so gut. Jetzt scheinen sich auch alle einig zu sein, also ich habe jetzt zumindest in den ersten Tagen und Stunden kein Dementi gehört oder so, vielleicht haben die sich wirklich darauf geeinigt, also auch mit den Bezirken. Zuerst, hier sind ja die Bezirke sollen das machen und die alle, wieso, nee, das ist doch Quatsch, wenn wir das jetzt alle machen. Aber Berlin wäre nicht Berlin, wenn sie sich gedacht haben, das kann jetzt nicht alles gewesen sein, wir müssen irgendeinen komplizierten Blödsinn da rein noch bauen und das haben sie auch geschafft, indem sie jetzt gesagt haben, okay, also für die Anträge, der ganze Papierkram, ist halt das LAGESO zuständig, aber die Kontrollen vor Ort, das können ja besser die Bezirke machen. Die sind ja vor Ort mehr, so, ne, weil Berlin ist ja riesengroß, da können die ja nicht vom Landesamt Berlin überall nach Zehlendorf und nach Stegnitz und nach, was weiß ich, in Neukölln fahren, na ja, um die zu kontrollieren, die Anbauvereine, die müssen ja an ihrem Schreibtisch sitzen und die Kontrollen müssen dann die Bezirke machen, obwohl die natürlich gar keine Expertise dafür haben oder sie müssen doppelte Expertise aufbauen, jeder Bezirk für sich, damit er weiß, was er überhaupt da kontrollieren soll in den Vereinen, ja, während die LAGESO-Leute dann da an ihrem Schreibtisch sitzen, also ist immer noch ganz schön berlinisch irgendwie, aber zumindest haben die sich jetzt darauf geeinigt. Marokko begnadigt fast 5000 Hanfbauern. Marokko ist ja der größte Haschproduzent der Welt, seit ewigen Zeiten, traditionell, im Riffgebirge insbesondere, wird angebaut, ist von hunderttausenden Familien die Rede, die da vom Hanfanbau leben und von der Haschischproduktion und auch in Marokko ist das nicht erlaubt, na, da gibt es auch immer mal wieder irgendwelche Leute, die ins Gefängnis wandern, gleichzeitig sind aber so ein großes Ding da, da hat die da nicht das ganze Gebirge einmal durchflügen können, damit der ganze Hanf verschwindet da und jetzt fangen die an, ihre Strategie zu verändern, ist schon eine Weile her, jetzt hat auch der medizinische Anbau in Marokko erlaubt ist und auch der zu industriellen Zwecken, also Nutzern mehr oder weniger und jetzt wollen sie eben diesen 5000 verurteilten Hanfbauern eine neue Chance geben, an dem neuen Markt an den neuen Möglichkeiten mit Cannabis teilzunehmen und da eben sich jetzt legal zu machen. Schöne, kleine Nachricht, also so langsam nach und nach ist Marokko da am Umdenken, aber richtig Cannabis legalisiert haben sie natürlich auch noch nicht, da warten sie wahrscheinlich noch drauf, aber sobald jetzt mehrere große Industrieländer wirklich legalisieren, dann irgendwann auch der internationale Handel mal möglich sein wird, dann wird Marokko garantiert sofort irgendwie am Start sein und irgendwie liefern wollen. Noch so eine schöne kleine positive Nachricht, vor knapp acht Monaten hat der erste legale Podshop in New York aufgemacht, also ein legale Grasverkaufsladen und jetzt haben alle legalen Läden zusammen seitdem die Marke von 500 Millionen Dollar Umsatz überschritten, also weniger als ein Jahr nur New York eine halbe Milliarde Umsatz mit Cannabis und obwohl da am Anfang noch viel mehr illegale Shops waren als legale, wahrscheinlich immer noch so sogar, aber es hat eben in den letzten Monaten da auch einen Crackdown gegeben, am Anfang haben sie die ein bisschen machen lassen, weil sie gesagt haben, okay, wir haben ja gar keine Shops lizenziert und irgendwo muss das Zeug ja herkommen, drücken wir mal ein Auge zu, aber jetzt läuft eben das legale System und jetzt haben sie im Prinzip das illegale aufgerollt, das geht leichter als beim Riffgebirge offensichtlich, die Läden da in New York zuzumachen, da kann man aber durchflügen scheinbar auf jeden Fall einen großen Teil dieser illegalen Shops irgendwie zumachen und seitdem hat sich dann eben auch der Umsatz in den legalen Läden deutlich nochmal erhöht, auf jeden Fall halbe Milliarde, das ist schon beeindruckend für eine Stadt und Speckgeld drumherum sozusagen, da winken auch eine Menge Steuern am Ende für den Staat und das war es schon für heute, jetzt habe ich noch ein paar Termine, die Cannabfair läuft schon jetzt gerade 23. bis 25. 8. und da ist auch ein Team vom Deutschen Handverband wieder mit dem Infostand dabei, freut sich über euren Besuch, falls ihr noch reinkommt, ich habe jetzt gehört, das soll jetzt sogar schon ausverkauft sein da, doll, hoffentlich gibt es halt nicht so Szenen wie bei der Mary Jane irgendwie, dass man da drei Stunden in einer riesigen Menschenmenge vor der Tür steht. In Magdeburg Infostand der Ortsgruppe auf dem CSD in Magdeburg 24. 8. Dortmund ein Sondertreffen der Ortsgruppe zum Höschparkfest 28. 8. dann Heidelberg Teamsitzung der Ortsgruppe Rhein-Neckar am 2. 9. Dortmund Gruppenabend der Ortsgruppe 5. 9. und Ludwigshafen Infostitisch der Ortsgruppe Rhein-Neckar am 7. 9. Also Dortmund und Rhein-Neckar sind hier mal wieder total am Google irgendwie, haben jeweils zwei Termine dabei gehabt. Ich beglückwünsche euch dafür in Rhein-Neckar und Dortmund und auch in Greifswald für den Anbauverein. Und damit wünsche mir, dass ihr das Video hier liked, den Kanal abonniert, die Glocke und wünsche euch noch einen schönen Tag und einen großen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.